Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Talk-Video, bei dem wir heute mal über eine Thematik sprechen wollen, die sich sehr viele von euch tatsächlich gewünscht haben. Ich glaube, so viele haben sich das noch nie nach einem Chapter gewünscht, nämlich die Thematik des Shippings. Und das klingt jetzt vielleicht wieder langweilig oder so für den einen oder anderen, aber wir reden hier nicht über Shippings per se, sondern wir reden hier eher so über die ganze Thematik von, naja, Romanzen in Attack on Time. Denn das ist ja etwas, was sehr viele Attack on Titan abstreiten wollen, was sehr viele immer gesagt haben, dass es das bei Attack on Titan nie geben wird, gerade wenn wir hier auf Eren zu sprechen kommen. Gerade da wird es sehr, sehr häufig gesagt, dass in Attack on Titan, in der Welt von Attack on Titan, für so etwas eigentlich gar keinen Platz ist. Das Ganze mache ich aber hier mit einer Spoilerwarnung, weil wir müssen hier natürlich gerade über Themen reden, die in Staffel 4 vorkommen werden, beziehungsweise gerade im aktuellen Manga-Geschehen, geschieht das Ganze so ein wenig, was in diese Richtung geht. Deshalb seid ihr gewarnt, aber wir legen hier direkt los. Ja, der ausschlaggebende Punkt, warum dieses Video jetzt hier natürlich kommt und sich das so viele gewünscht haben, ist natürlich hauptsächlich die Beziehung zwischen Anni und Amin. Das Ganze hat sich so ein bisschen in den letzten zwei Chaptern entwickelt und hat dafür gesorgt, dass sehr viele Zuschauer jetzt, naja, ich will nicht sagen Hoffnungen bekommen haben, aber dass zumindest diese Rubrik, diese Thematik in Attack on Titan etwas ist, was wirklich rankommen kann. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass ich das schon immer so gesehen habe. Also es war ja nie in Attack on Titan so, dass Attack on Titan jetzt nur ein brutales, grausames Werk ist, bei dem solche Sachen wie Romantik oder Romance in diesem Fall, ich nehme mal Romance als übertanen Begriff, dass so etwas gar nicht in Attack on Titan vorkommen kann. Ich meine, wir haben es selbst in Staffel 1 schon gesehen, dass Jon richtig Bock auf Mikasa hatte. Das kam schon da sehr hervor und hat sich ja dann auch immer wieder mal gezeigt. Auch hat sich das in Staffel 4 natürlich besonders gezeigt, wenn man sich die Thematik anschaut mit Eren und Historia, aber nichtsdestotrotz auch natürlich mit Mikasa und Eren. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video in der letzten Zeit gemacht. Aber wieso sollte es eigentlich so diese ganze Romance-Thematik in Attack on Titan nicht geben? Weil prinzipiell klingt es ja irgendwie meiner Meinung nach falsch, erstmal einem Werk abzustreiten, dass es so etwas nicht mit einbringen kann. Ich meine ganz ehrlich, Leute, Attack on Titan ist eines der, aus meiner Sicht und für Anime-Verhältnisse gesehen, realistischsten Werke. Klar, nehmen wir jetzt mal beiseite die Nacken Titanen, die durch die Gegend rennen und sowas. Aber rein von der Thematik her, von den Thematiken, die angesprochen werden und wie die Charaktere agieren, was die Charaktere tun, wie sie auf gewisse Aktionen und Handlungen reagieren, das ist alles nicht so typisch, finde ich, wie man das bei vielen anderen Anime hat. Und daher war für mich auch irgendwie nie in Frage gestellt worden, dass dann so etwas wie Romance in Attack on Titan nicht da sein dürfte. Wenn sich so etwas anbahnt, wenn sich so etwas entwickelt und wenn es sich auch irgendwo logisch entwickelt, ist das doch gar nicht verkehrt und muss doch gar nicht unbedingt ausgeschlossen werden. So zum Beispiel die ganze Thematik ja, die wir auch mit Mikasa haben. Ganz klar, Leute, niemand von uns würde behaupten, dass Mikasa nicht in Eren verliebt ist oder ihn sogar liebt. Das würde, glaube ich, niemand von uns ausschließen. Klar, es gibt welche, die sagen würden, ja, das macht sie nur wegen den Ackermann-Genen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile können wir alle davon ausgehen, dass sie ihn auch ohne Ackermann-Gene lieben würde. Da sind wir ganz, ganz klar auf dieser Seite. Von Errens Seite ist das Ganze nochmal anders gefächert. Und gerade dann auch noch die Sache mit Historia und Eren auch schon angesprochen. Ebenfalls die Möglichkeit, dass es da geknistert hat. Aber wir gehen jetzt natürlich mal hier auf Anni und Armin ein. Denn Armin und Anni sind wirklich gerade das Musterbeispiel. Und sind gerade auch so irgendwie, meiner Meinung nach, der Beweis, dass das Ganze in Attack on Titan eintreten kann. Dass die Welt, egal wie grausam sie ist in Attack on Titan, dass trotzdem so etwas wie diese romantischen Gefühle zugelassen werden können. Ich meine, Leute, ich glaube, in einer beschisseneren Situation ist Armin noch nie in seinem Leben gewesen. Diese ganze Situation, die gerade im aktuellen Manga geschehen ist, eine beschissenere Situation gab es, glaube ich, noch nie in Attack on Titan. Ich meine, die Welt ist buchstäblich kurz davor unterzugehen. Und ja, Armin und Anni haben dann hier ihre süßen Momente, will ich schon fast sagen, ihre romantischen Momente, bei denen man natürlich ganz klar gesehen hat, dass beide, dass das auf Gegenseitigkeit beruht und das nicht nur einseitig ist, wie es vielleicht bei Mikasa ist. Ich sage explizit vielleicht, Leute. Daher finde ich, dass das sehr schön ist, dass Issa Hermann das hier noch eingebaut hat, auch weil sich diese Thematik ja angebahnt hatte. Diese Beziehung zwischen Anni und Armin, die hat ja ihre Wurzeln tatsächlich schon in Staffel 1 gehabt. Da haben wir ja schon gesehen, dass Armin und Anni sich damals schon verstanden haben und dass Armin auch irgendwie einer der wenigen war, wenn nicht sogar der einzige war, der Anni irgendwie immer versucht hat zu verstehen oder vielleicht sogar verstanden hat und das, obwohl er ja so wenig über Anni wissen konnte, weil sie so wenig über sich preisgegeben hat. Jetzt sieht das Ganze nochmal anders aus. Armin im Timeskip hat Anni so viel anvertraut. Anni weiß jetzt sicherlich auch deutlich mehr über Armin als Armin über sie. Aber so hat sich das Ganze entwickelt und das finde ich sehr gut nachvollziehbar, was Hajime Isayama hier gemacht hat. Und so kann man so ein Romance-Ding auch sehr gut in ein Werk wie Attack on Titan einbauen. Klar ist natürlich, dass solche Sachen nicht essentiell sind. Das ist jetzt nichts irgendwie, was Attack on Titan ausmacht. Aber es ist eben eine gewisse Komponente, die bei so einem Werk nicht schaden kann. Überhaupt nicht, Leute. Also wer behauptet, dass so eine Romance-Thematik hier, wie jetzt bei Armin und Anni, dem Werk schaden kann, da muss ich wirklich sagen, nein, das fühle ich gar nicht. Ich meine, guckt euch mal an, wie viele grandiose Werke es gibt, auch mit Realserien, sage ich jetzt mal. So Sachen wie Sons of Anarchy, Game of Thrones, The Walking Dead. Auch in solchen Serien gibt es die Thematik der Liebe und Romance. Auch da ist das mit eingebaut. Und in der Regel tut es den Werken nicht schlecht, sondern sorgt eher dafür, dass die noch umfangreicher werden, dass die noch, naja, mehr Tiefe bekommen. Und das ist einfach eine ziemlich feine Sache. Und daher würde ich auch gerade sagen, dass hier die Thematik zwischen Anni und Armin das Ganze in eine neue Stufe gebracht hat, würde ich schon fast sagen. Denn das war ja vorher sehr häufig ausgeschlossen worden von vielen Fans. Aber was könnte es denn für Negativpunkte geben, sage ich jetzt mal so. Was ist der Grund, warum die Leute einfach manchmal per se nicht wollen, dass so etwas wie Romance in Attack on Titan kommt? Natürlich, das hat wieder etwas mit den eigenen Vorstellungen einer Serie zu tun. Das hat sehr auf die Person selbst, die das Werk konsumiert. Damit hat das sehr zu tun. Aber dennoch ist es ja auch so, dass sehr viele diese Meinung vertreten, dass so etwas wie Romance in Attack on Titan gar nicht vertreten sein darf. Die Angst rührt meiner Meinung nach vielleicht auch daher, dass sich gesagt wird, hey, wenn wir jetzt noch für Romance Zeit verschwenden, das ist etwas, was gar nicht so das ist, was diese Leute sehen wollen. Und daher wollen sie das natürlich auch dem Werk sozusagen nicht zusprechen. Wollen dem Werk das absprechen, damit das gar nicht seinen Platz dort findet, in der Welt von Attack on Titan. Wobei, wie ich das schon gesagt habe, dass ja gerade das Gute ist, dass er in der Welt von Attack on Titan auch so etwas seinen Platz findet. Logischerweise, meiner Meinung nach auch. Problematisch könnte das Ganze natürlich werden, wenn das zu sehr, zu groß, zu ausführlich gemacht werden würde. Aber sind wir mal ehrlich, Leute, das ist bei Attack on Titan absolut nicht der Fall. Die Angst, die natürlich auch noch herrscht, ist, dass das Ganze ja jetzt gerade im Finale mit Eren und Mikasa so gelöst werden könnte. Eben auf dieser Liebes-Romance-Seite. Das habe ich schon öfters in den Kommentaren gelesen, dass Leute der Meinung waren, dass Mikasa ja aufgrund ihrer Gefühle zu Eren in der Lage sein wird, Eren so ein bisschen zu überreden, weil Eren ja auch selber, so sagen diese Leute, Gefühle für Mikasa hat. Und da würde ich tatsächlich sogar zustimmen, dass das etwas ist, was ich persönlich nicht sehen wollen würde. Das wäre so ein bisschen cheesy, das wäre so ein bisschen, ja, unpassend schon fast zu Attack on Titan. Wenn der größte Konflikt, das größte Problem, das größte Menschenabschlachten, was wir bisher in Attack on Titan nannten, wenn das ausgerechnet durch die Kraft der Liebe, naja, unterbrochen wird oder beendet wird, das, da würde ich tatsächlich unterschreiben, das fände ich jetzt auch nicht so gut, bin ich ganz ehrlich mit euch, aber wenn das andere drumherum dann so gemacht wird oder es erst gelöst wird und dann dieses Romance-Ding noch kommt, dann hätte ich damit auch kein Problem, wenn Mikasa und Eren am Ende sich noch ein Bussi geben, so nach dem Motto, ne, also das wäre jetzt nicht meine Problematik, aber ich sehe die Problematik, wenn Probleme dadurch gelöst werden. Aber das ist ja bisher nicht passiert, also in keinster Form ist das irgendwann, irgendwie mal in Attack on Titan passiert und daher denke ich auch nicht, dass das passieren wird und hoffe das auch nicht, dass das in nächster Zeit passieren wird und daher sehe ich diese ganze Thematik mit Romance überhaupt nicht als etwas Problematisches an, sondern würde tatsächlich eher sagen, es ist etwas sehr Erweiterndes für die Welt und so hat die ganze Sache hier mit Armin und mit Anni auch geholfen und hat uns ein bisschen mehr Welt gegeben, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Tiefe für das Werk und uns auch gezeigt, wir sollten in Attack on Titan nichts ausschließen, wir sollten in Attack on Titan davon ausgehen, dass, ja, so alles möglich ist, was man so erzählertechnisch machen kann, klar, alles möglich, damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass auch immer Aliens angeflogen kommen, aber ihr wisst, was ich glaube ich meine, wenn ich das Ganze sage. Ja, Leute, das war jetzt nur so ein kleines Talk-Video, bei dem ich mal so ein bisschen über die Thematik reden wollte, euch nochmal sagen wollte, dass ich persönlich das nicht unpassend finde, dass die ganze Sache hier mit Armin und mit Anni passiert ist und ich das auch für offen halte, dass das vielleicht noch bei Eren Historia oder Eren Mikasa passieren könnte, ich meine, von Mikasas Seite aus wissen wir ja, dass da auf jeden Fall sehr starkes Interesse gegenüber Eren besteht, nichtsdestotrotz finde ich, dass das hier nicht ausgeschlossen werden sollte und dass man das aber auch nicht zu sehr befassen sollte und dem zu viel Gewicht in Attack on Titan geben sollte. Trotzdem schön, dass wir auch diese Seite jetzt mal in Attack on Titan gesehen haben. Wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik, wie steht ihr zu Romans in Attack on Titan? Findet ihr, es sollte nicht stattfinden, findet ihr es ähnlich wie ich, dass es gut ist, dass dem Ganzen noch eine gewisse Würze hinzugegeben werden kann, wenn es nicht übertrieben werden kann oder sagt ihr vielleicht, mir ist es komplett egal, soll Isaiya ja mal noch machen, was er will. Ich bin da komplett offen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst uns gerne mal über die Thematik diskutieren, denn das ist tatsächlich aktuell eine der heißeren Thematiken in der Attack on Titan Community und daher möchte ich darüber mal geredet haben. Falls euch das kleine Talk-Video hier gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze hier mit einem Däumchen nach oben supporten würdet und auch kostenlos abonniert, falls ihr es nicht schon getan haben solltet. Meine sozialen Medien kennt ihr natürlich auch, die sind alle unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei, Leute. Das stream ich nämlich regelmäßig und ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens in einem der nächsten Videos wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020